iTunes Account erstellen ohne Zahlungsmethoden Einen iTunes Account erstellen ohne Angabe der Bankdaten? Geht das? Ja, es funktioniert. Und so kommen Sie zu einem iTunes Account ohne die Bankdaten angeben zu müssen. Wählen Sie als erstes das Register App Store, um daraufhin noch kurzem Scrollen ein Gratis-App auszuwählen. Auf der Beschreibungsseite des Apps klicken Sie auf Gratis-App, um anschließend im Dialogfenster die Schaltfläche Neuen Account erstellen auszuwählen. Fahren Sie nun fort mit Weiter. Akzeptieren Sie die AGBs, indem Sie ein Häkchen setzen und bestätigen Sie dies mit Weiter. Im nächsten Schritt fühlen Sie das Anmeldeformular gewissenhaft aus und bestätigen Ihre Angaben mit Weiter. Der folgende Schritt ist wichtig. Um keine Bankdaten angeben zu müssen, wählen Sie in der Auswahl der Zahlungsmethoden die Option Keine aus und füllen anschließend die unteren Datenfelder aus. Fahren Sie fort mit der Schaltfläche Weiter. Somit sind Sie auch schon am Ende der Registrierung. Schließen Sie diese ab, indem Sie einen Klick auf der Schaltfläche Fertig ausführen. Ohne dass Sie Ihren iTunes-Account bestätigen, werden Sie von iTunes nicht akzeptiert. Deswegen sollten Sie auf Ihr E-Mail-Konto wechseln und die E-Mail von iTunes bestätigen. Dazu klicken Sie auf den Link Jetzt überprüfen in der E-Mail. In der darauffolgenden Seite melden Sie sich mit Ihrer kürzlich erstellten Apple-ID an und wählen zum Abschluss Adresse bestätigen. Damit haben Sie den Teil Ausfüllen und bestätigen hinter sich. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück zu iTunes, um zur Anwendung zurückzukehren. Es kann vorkommen, dass iTunes nicht gefunden wird. Das ist kein Problem. Selektieren Sie einfach die Schaltfläche I have iTunes und anschließend Anwendung starten. iTunes übernimmt Ihre Anmeldedaten und gratuliert Ihnen zu Ihrer Apple-ID. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig, um die Meldung zu schließen und die am Anfang des Videos ausgewählte App herunterzuladen. Um den Download-Fortschritt mitzuverfolgen, wählen Sie Geladene Dateien. Fangen Sie gleich an, weitere Apps zu entdecken. Fangen Sie auf die Schaltfläche Fertig, um die Schaltfläche Fertig.